was gab freunde willkommen zum neuen video heute mache ich wieder eine reaction zu erlauben tätig aber im letzten video gefragt auf welches video ich reagieren soll und hat mir geschrieben dass ich auf dieses video reagieren soll das ist wie ihr habt in drei tagen 1,6 minuten aufrufe 73.000 leidung knapp 60.000 dislikes also das ist jetzt nicht so gut aus ich weiß dass sie viel mehr gehärtet wird als die anderen bevor ich anfangen wenn euch solche reactions gefallen dann gibt mir einen daumen hoch und schreibt mir den kommentar auf welches video ich noch reagieren soll wie immer weil ich musik von dem lied bisschen ändern für den copyright und schreibt mal eure meinung in die kommentare wie ihr das nicht findet das originale video findet ihr unten in der infabox dies ist nur meine meinung nimmt nicht alles zu ernst und haupt spaß dann sieht man irgendwie dass sie in so eine barbie schachte drin ist und da vorne steht ihr name halt drauf anstatt barbie interessant also wir sind so in einer art museum und die wird der ganze zeit fotografiert und hier sehen wir dass vier maskierte menschen reinkommen was haben wir denn für masken auf steht einmal bad vibes einmal ein umgekrebtes kreuz und das meinte der traurig ist dollar zeichen der war voll gebrochenes herz das sieht auf jeden fall gut aus bis jetzt das hört sich voll gut an also die menü die hört sich jetzt richtig gut an ich glaube das fängt jetzt erst an ich glaube bis jetzt war das nur ein intro und die haare sind komplett anders das war gerade ein paar rücke denke ich mal so jetzt erst mal eine runde kiddox essen was das für ein krasser bestem mann so von 1700 euro das sind fotos und ich mag keine fotos ich mag nur diese normalen blende ich euch hier ein schreibt mir in die kommentare welche konflikts ihr am meisten mögt was hat der hier für nen mantel an alter schon schon wieder teurer als mein ganzes leben aber jetzt hat er hier so ne buff in der hand ob die will uns abschießen hier hat hier einfach absolut vodga hendricks gin velvidea vodga bombay gin ob die hat einfach zu viel geld was war das coronaparty? meiner meinung nach finde ich das sieht bis jetzt ganz in Ordnung aber mir fehlt ein bisschen dieser action aber sonst sieht das video auch ganz gut aus machen wir einfach weiter ah guck mal hier habt ihr so diamantenfilter aber das sieht auch richtig gut aus ich finde das gut dass es hier so ein leerer raum ist und nicht so durcheinander und hier sind voll viele türen alter einfach sieben türen ich glaube sie wollen den typen da umbringen alter und die dachte ich einfach so ein weg na alles klar alter ok also ich finde das lied ganz gut das video fand ich auch gut location bei dem video hat mir auch gefallen aber das war mir halt irgendwie zu wenig weil die immer nur in zwei räumen waren aber sonst fand ich das ganze in Ordnung für das musikbilder gebe ich 8 von 10 punkten und für das lied gebe ich auch 8 von 10 punkten so dann würde ich sagen das war es mit meiner reaction wenn euch mal wieder gefallen dann gebt mir einen daumen hoch abonnieren könnt ihr mich auch schreibt mir weitere videos in die kommentare auf die ich reagieren soll und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020